Hallo und herzlich willkommen zu den Ribnitz News Nummer 9. Es wird derzeit hart an der Fertigstellung des Steges gearbeitet. Er ist aber auch schon jetzt ein wirklich beeindruckendes Bauwerk. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 kommenden donnerstag werden die ersten vier häuser gekrant und an ihren zukünftigen liegeplatz verbracht leider kann ich nicht dabei sein und werde aber meinen kollegen bitten ein paar videos zu machen die man ihnen dann zu senden kann in der woche danach habe ich ferien und ich hoffe insofern für alle auf einen schönen sommer und verbleibe bis in drei wochen zu den nächsten ripnitz news ihr ulf beiter